Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich verstehe dich nicht. Okay, kannst du vielleicht kurz rausgehen? Ich kann nicht mehr. Es kann sogar sein, dass ich diesen Film absagen muss. Mein Körper macht es nicht mehr mit. Hast du mitgehört? Ich wollte dir nur eine Decke rausbringen, es ist kalt. Hast du mitgehört? Nein. Hast du dieses Telefonat gerade mitgehört? Nein, habe ich nicht. Du hast wirklich nicht mitgehört? Nein, ich habe nicht mitgehört. Ich wollte dir nur eine Decke rausbringen. Und warum bist du nicht ehrlich zu mir? Ich wollte dir nur eine Decke rausbringen. Aber es ist etwas zu kämpfen, es ist etwas zu kämpfen. Es ist ein Grund, um zu grüßen zu grüßen. Aber ich habe die Tränen hinter mir. Ich habe die Tränen, ich habe die Tränen. Ich habe die Tränen, ich habe die Tränen. Ich habe die Tränen, ich habe keine Tränen. Ich habe die Tränen. Ich habe die Tränen. Ich habe die Tränen. Jetzt? Nein. Was ist los? Das hat er ja schon immer mal gesagt, dass er weg will, weil er es hier nicht aushält ins Meer oder sowas. Naja, jetzt ist er halt weg. Also eine Freundin hat zum Beispiel gesagt, ich soll mir mal eine Katze oder einen Hund oder sowas, weil man ist ja jetzt dann doch schon ganz schön alleine jetzt. Tja, ich hab manchmal so Anfälle, ich weiß auch nicht. Es ist schon ganz in Ordnung. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, ich bin mir ziemlich sicher, Männer sind richtige Schweine. So ekelhaft, so ekelhaft, das ist wirklich keine Frau. Und da war er halt auch immer so, also der war dann immer so... Also dann war er auch manchmal ganz schön, es war halt manchmal... Naja, er hat schon ganz schön viel getrunken, ja. Und dann so mal mit Gefühl oder sowas. Ja, und dann war es halt schon laut, es war schon laut. Ich meine, die Nachbarn, die Nachbarn haben gesagt, es ist laut und... Aber die Nachbarn, die haben auch alle nur ihre Leiche. Hat ihn ja nicht gejuckt, hat ihn nicht gejuckt, wenn nicht mal meine Tage oder so. Das war ihm dann egal. Naja, Männer halt, so ist er halt. Das braucht er halt, der braucht das halt. Und ich wollte ja nur, dass er bleibt. Ich meine, sonst wäre er ja gegangen. Ich meine, so sind halt Männer halt. Männer sind halt so. Ich meine, der brauchte das halt. Und ich wollte ja, dass er... Ich wollte ja nicht, dass er weggeht. Nicht inic, nein. Grape, nein! Nicht問 mich am Abend. Nein, nehm dir mich heute Morgen. Ich mich auf Zustand auf aprender, aber ich bin bereit für mich vor. Ich bin bereit für jedenótrar und für mich vor. Für die Corona-L campe, ich wurde gewinnen und für die Heilpfe 제가 brach. Aber ich kümmere never wieder, Unbeutchesche Zeitowego, Vielen Dank.